Hallöchen Leute Herzlich Willkommen Hey wo ist denn ein Bronzer? Hey der Fuck wo ist das scheiß Bronzer? Wir müssen uns schnell ge- Hey ohne Scheiß Beim Wasserfall Und wo ist Eisen? Nicht beim Wasserfall So ohne Witz wo ist es wirklich das Eisen? Ich baue mich schon wieder so dumm Keine Ahnung Vielleicht gibt's grad kein Zeug, aber nein Hey der ist so scheiße Baut sich noch wer anderer in die Mitte oder bin ich der Einzige? Ähm du bist nicht der Einzige Aber du bist doch sicher nicht der Erste Na bist du glaube ich nicht aber ich werde mal das Eisen suchen gehen Ah ich glaube das ist da oben, ja ich glaube das ist da oben Beim Bett da oder? Da Fuck wo ist das wirklich? Wie lange muss ich denn auch bauen? Das geht ziemlich weit 1, 8, 7, 6, 5, ah ja Wir sind geboomst wenn wir kein Gold ähm kein Eisen finden Läuft der einer nach? Ähm ja 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 passt, 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 passt Hast du ihn? Ähm Ähm ja, er ist auch runtergeflogen, aber ich auch Ähm ja, das ist scheiße wenn man nicht wissen wo Eisen ist Darum ist zumindest das Bett Ach so, dort bei diesen Luftballon, da sind heiß Luftballonen drüben Nee, oder? Da ist das Eisen Juhu, Kacke Hä, wie dumm haben sie das denn gemacht Hast du gleich den Bogen? Ja Okay, weißt was, dann werde ich mich einfach mal schnell zum Eisen bauen Weil da wird sicher schon viel Eisen dort sein Ah, wir haben sogar Eisen auf zwei Richtungen Also auf zwei Zwei Uhr Die rote Unterhose Hä? Ah, ja, ah ja, Alex In Bestorf Bist du da gerade runtergeflogen? Ah, gut Gut, 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 gut Mann, bei mir spielt die ganze Zeit einer gerade GTA 5 Achso nicht, sieht man das nicht? Nein, das bohnt ja kein Eisen Sponter, bitte Eisen Ah, doch, 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 doch Du hast Juhu Dorf sucht Dich Alter, da liegt er viel Eisen Für 20 Stück Irgendwann muss ich einen auf die andere Seite auch noch bauen Warte, ich komm, ich komm dir helfen Ich bin gleich dort Schießt du mich einen mit dem Bogen ab? Nein, aber da ist Gommel gerade runtergefallen Da, wenn du willst Ah, ja Ich hoffe, wir sind am besten Bogen So Oh, ich Ich mach mir, oh, was wollte ich jetzt machen? Stimmt, ich wollte mir die billige Rüstung noch machen Ja, die Lederrüstung Fuck, ich bin Oh Läuft Ich kann nicht mehr laufen Ehe Ja Sterbenden, Minster So Man, ich bin die ganze Zeit der GT5 der Schülssch dieses und schaubes crazy sind es ist ein kleiner Penner Bist vielleicht daheim oder? Bist vielleicht gerade? Welch, doch Hast du dein Vater, oder? das ist ein richtiger tuli alter ne da hat sich einer in der mitte eingebaut und jetzt trinkt der hill potz ich habe aber keine spitzsacke das ist nicht scheit oder ich glaube der hat ein stärker tank auch noch gesüffelt wille wills wissen was zu stören irgendwelche betten ich ein bisschen gold jetzt spielte alex antritt jawohl dass ich jetzt mit uf leisen runter geflogen das dumme ist ich habe keine spitzsacke keine spitzsacke könntest du mir schnell spitzsacke in die mitte bringen am besten immer noch dauernd werden wird das länger dauern oder vielleicht ein hacker oder so der doch ein bogen der eine von team roth ja der von team roth ist gerade krepiert damit den bogen oder alle bärten mit dem bogen team gelb ist dort hat sich schon erledigt jawohl der hatcher oder was ja mal die zweite runde dran ja fix aber diesmal mit sound das ist es sonst was das besser stören macht er hat sie uns gleich wieder einmalig wird jetzt gekommen bei einer weiteren er wurde mit dem ich mit dem ich das ist ja wieder ein ganzer kluger brauchst du dich in die Mitte? na, kann ich nicht gescheit der Ignorante der Ignorante schon die Bauern sich schnell in die Mitte ja, wie denn, wenn ich keine Blöcke krieg die Bauern sich alle in die middle of the street, our house oh je, jetzt kommt gleich wieder die GEMA dein Video wurde für einige Länder gesperrt hm ne, durch die sofort in die Mitte bauen schreibt der das? ja ey, das ist so eine Spar-Gro ohne Spaß, wie soll ich mich in die Mitte bauen, wenn er bei diesen Kack-Bronzen kämmt so dass ich immer nur vier Stück bekomme ja, es reicht nicht ich komm sofort hinterher geschossen ich hab nur mal 5, 4, 3, 2, 1 ja, Leute das Dings so, jetzt, jetzt wird er wieder weggepinkt Leute, Goldsbond auch bei uns, gell? mhm er hat er so kann sein, dass er vielleicht eine Folge nicht in Deutschland sehen könnte, weil ja, nein, hier bin ich weggeworfen das Video für, äh, ein Video für Deutschland und, also, die meisten meiner Videos wurden ja für die USA auch gesperrt Mann, ihr PSAV-HP ist euch bist du schon tot? na wahrscheinlich, ja, Klo-Snackt sich der das Gold von meiner Augen weg ich kann ja nicht kommen, weil Wieden, wenn ich nur nein, dieser Bastard ich kann nicht zoomen zommen kann ich das, nein, ich hab keine Optifan ich hatte die News ja, nein, hast du ein Gold für mich? nope, ja, basta dann kann ich mir nämlich eine Eisenspitzer gemacht Mann! ich wollte noch eine machen, Pisa oh, Pisa hey, die kostet nur ein Gold? ja eh, dann kann ich dir auch noch eine machen komm, ein Eisenspitzer komm, ein Eisenspitzer da, 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 da da, da, da die Kunstsack, na also, dann gehe ich mal in den Mädels in den Mädels, auch mal ein Speed lol, links und rechts ist ja auch noch ein Eisenspitzer ja, nein, ist, schieb Mann, das ist so dumm, ich sehe jetzt nicht, ob da noch wer ähm, der Typ, der eine da wieso? das hat er super gemacht, dass er einen Weg nicht mehr zurückgebaut hat sondern einfach mitten unter dem Weg dann aufgehört hat so, dass man dann nicht mehr zurückkommt, sondern sich hochbauen muss na, ist eigentlich... das war ja gescheit naja, so kann sich kein anderer und bei denen du immer wirst der andere konnte nicht cùng, du kannst aber auch nicht, weil jetzt wär' ich an dem Tod nicht gestorben Et sprich soll ich mir sprechen in die Mitte raziert Ehelektur die Bild Bild ob es durch mich 3 wo ich habe den Bericht sich weggepinkt der Wienwiese nicht gestorben die Maschinen hier vor zurück oder das ist halt er was haben die FN Hacker als Herr Oro Rückschüsse wollen 1.000 ich bin ein die die so kann dass ich nicht nach singen zu er kieser zu mir für wenn es kommt weg ist ab so ich brauche mich jetzt nur zum präsen da auf mich fliegt nicht unter also wird die Partner ist glaube ich werde durch den Bogen abgeschossen zu einer Engelwischung alter liegt der viel leisten wie ist Jokic ist ja einiges wo es dann macht die 54 Eisen erde auf den beiden Inselsporn auch noch reisen und auf der einen Insel sind sogar zwei Esensporn so erst mal das Teuster vom Teusten kaufen so was ist das zurecht schiet so schimmer mir was zu draußen gemetzel und nein ja 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 nein der bleibt im Baum hängen ja wahrscheinlich ich brauch ja gehst du in die Mitte hatte ich eigentlich vorher aber lol da wurde der gedottet ich hab jetzt ein paar Hillpots gemacht heißen noch so oder Hillpots ja wurscht hä hast du da drinnen liegt nur glaube ich noch 8 Eisen oder so hat der da vorne einen Bogen ja das ist so mühsam wenn man nicht hinzoomen kann bist du na was für ein Pizze alter ma ich bin mit ach das macht keinen Bock alter wenn die nur dauernd ähm spammend sind das Campen stört mich ja jetzt weniger nur die Nerven so mega hart man kommt denn nicht immer weg von seiner Base jetzt also das haben wir nie gemacht wenn sie immer in die Mitte kommen lassen ja ja erstens und wir haben sie in die Mitte kommen lassen und dann haben wir sie getötet ist das schon mal ein Unterschied die lassen uns ja nicht mal in die Mitte das ist nämlich glaube ich Team Team Gelb ist das damit die Bogen da schießt da hat sich nämlich so verkämmt dass du nicht töten also dass du nicht so unterschießen kannst hast du schon mal auf Tab drückt also wie der einer auf Team das Team Gelb heißt destroying oder der best player ja so richtig eingebildet ich werde abgeschossen nein ihr habt den Sprung verfällt nein ich bin und die überhaupt noch hallo naja ich respawn auch wieder mal schön dass ich auch mal wieder respawn nach 5 Tagen der best player ja so richtig ein Spacko best hast du das gerade gesehen der will so in die Mitte jumpen fliegt aber beim jumpen runter Pfff Dully ich kann einen zweiten Bogen machen wenn du den brauchst ja bitte ich hab ein Stack über ein Stack Eisen aber muss so ich gibt es leisten du gibst du es gut schon die Türste oder so da hast Jo gleich längst zu betten so schauen professionell wie ist der Herr Womitsberger sagen ein Blödsinn das sagen stimmt nicht das ist es ist noch drei Hilfers und damit durchlaufen es pläst gestorben aber nicht das sind ein best player war auch noch sterben wahrscheinlich hat er sich von seiner Camper Ecke weggefährt kennt die ich habe sich jedoch genug du ich bin eh der beste Spieler ich gebe mal meine Mitte und wenn das passiert denn es ist die beste denn er ist so schlecht wie du mit jetzt mal ich bin hat er spricht bitte nicht ich ich in die Ecke ich der hat er hat mich beteiligt das so kommt kommst du mit den Mitteln ich habe noch schon zu betten bis anbaut so dass sie sich wenigstens nicht alleine verreckt warte den hol ich mir jetzt auch weil die machen das bei mir auch andauern aber ich sehe überhaupt nicht weil ich möchte gerne mit Uptifan hinzoomen da kommen sie nicht so schnell durch oder da bau ich ne 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 weekend hat er die nur universum man ist das ist leicht mühsen observ 8 und der geld 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 von links nein oh Oh Gott. Shit, alter. Falsche Taste. Ähm. Nein, das Essen ist weg, das Ganze. Ähm. Ja. Was ist? Also, ich weiß nicht. Ah, gut. Das war an... Einer aus unserer Team ist, sie hat sich einen Unsichtbarkeitsdrank gegönnt. Da ist nämlich... Alter, wieso habe ich so einen krassen Knockback? Das ist... Ich geh jetzt einfach mit mir, dem. Hey, das ist ja mega krass. Ich bin nicht mal gejumped, Alter, der, 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 das, das... Der... weiß ich nicht. Der holt mich durch die ganze Map. Oh, siehst du, dass ich den Wegkombo? Er ist einfach runtergeflogen. Lol, einfach mal Leute mit einer Hand, also mit zwei Hände und einem Schwert. Safe in the middle. Also. Alter, alter, alter. Das Gelb noch da. Ja, gelb ist immer mal 50 Eisen mit nach Hause. Gelb ist immer mal 50 Eisen mit nach Hause. Gelb ist noch gefährlich. Hast du Blöcke? Wenn ja, dann wär's nett. Ich muss so schön mit 1 Deck und 15 Eisen rausgehen. Na, alter. Blockhöhe. Ja, ja, danke, danke, danke. Oh, Gold, 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 Gold. Die machen mir mit einem... Das war ein Scheiss Schuss. Zieh mir die, ähm, über 8 Herzen ab. Ich hab... Ich war voll. Und hab jetzt, äh, eineinhalb Herze. Und ich renne zu Gelbstadt zu uns. Ja, du kannst die gleiche abbauen. Ich hab zwei Gold. Und ein Block. Ja, wieder kannst du nicht abbauen, aber... Ja, verstehst schon. Ein Gold. Ja, der Piss hat sich das Gold aus der Kiste. Nur, das hätt ich mir jetzt nen Bogen machen können. Danke, Roos. Was kann ich mir mit zu viel... Oh, nein! Ja, das sind... Alter. Da merkt man richtig, dass das hartnäckige Bedrohspiele sind. Die Runde wird lange dauern bei diesem... Arschgehen. Hast du noch Eisen für mich? Es war... Naja. Ich bin wieder mal gestorben. Wieder mal. Es geht ja relativ schnell. Wenn die die ganze Zeit nur... Du musst nämlich so aufpassen, dass es ja fast unmöglich, dich da eigentlich safe zu halten. Wenn dich von links zu einer abschießt, du musst wieder aufpassen, dass, ähm... Das Hacker-Team von rechts nicht kommt. So, jetzt... Gischt... So, jetzt... So... Hör... Ich bin hinter mir jemand. Ist... So... Das stimmt. Das stimmt. Hm, ich... Das stimmt. Ich bin super... Ich bin so... Ich bin... Die sind... hau wurde von Raffaello sie ist immer ich schon mal in der Mitte Achtung von hinten kommt da seit ich er hat ein krass Nockback du bist jetzt auch mehr Kilometer weit geflogen du kümmerst dich schon wie immer zu blau Scheidung blau nervt so was Alter von wen wurde ich jetzt gerade abgeschossen von Rot siehst du die kämpfen sich nämlich fast bei der Mitte verkämpfen sich fast bei der Mitte du wirst sterben ich weiß ja du wirst sterben ja diese Bastarde Alter von Roten Mann das sind solche äh hä von wo von wo um die aber wenigstens können sie mir nicht in den Rücken schießen jetzt muss dieser Team ich hab da Angst zu sich der Unterfliege hat jetzt bräuchte es muss sie ich war siegt die Först was ist das für ein Bimbo ohne Witz der Endeffekt gerade aus dem Pflicht und das so jetzt hole ich mir den der Zulüge der Bust so nicht mit den roten ich glaube da kommt wer ich sehe es sich durch den Schäfer Park ein bisschen und die Kinder AHA Spielmoment Schadda Schadda ich hab mir 4 Gold und damit welche Wochenbogen auf einer noch riskant gemacht Alter das ist das ist schon wieder eine coole ist eine spannende Runde zumindest äh cool kann man jetzt nicht unbedingt sagen es sind lauter Abfucker in der also in der Runde in der Lobby richtig Abfucker Alter Mother Trucker schau dir das an Alter regen mich dir auf Junge jetzt respawn doch man wie lange brauchst du zum respawnen das dauert ja ewig mit ihm von zwölf und braucht es jahrelang zum Sporen Alten ist ist auf es kann auch gar nicht wahr sein und so was ich sicher wird es die ganze Ton gespielt ist uns verpassen die Gelbett was kommt er hat die Runde wird sowieso nie händen bis Werk grüttet es gibt es gibt Rage erhält bringt er so nichts wird diese kleine vorzudritte in der Mitte steht schief steht einer mit dem Punkt er steht drei wo er drei bogen Leute in der Mitte also zum 1 jetzt trägt sich der kleine Pastor zu mir um Koppel schau das haben wir nie gemacht wir haben sie schon immer in die Mitte kommen lassen mit der Unterhose der was so rausgeschaut hat was war er war wort der Wiesse bis zur Worte alle von Team Rot sind in der Mitte das ganze Team Rot ist in der Mitte jetzt ist es wichtig ist jetzt kann man die bis zu bestimmen einer krepiert rechte sind neil die konnten nicht die abschießen auch machen jetzt so erzeugt kämpfen die zu tritt verboten aber es ist die Nutzung mann jetzt ja er hat schon gekriegt ist unser die Nutzung okay dann reißen wir das Ding zu zweit die Masse aufgeben das ist er hat ich sollte uns ein bisschen heißen in der Kiste 7 so hat es der nicht ist so weg so weg ist der Entfernte noch nie jetzt schon er hatte eine sehr verstauen er hat so viele Schüsse schon ertragen müssen dank dass sie jetzt den letzten Schuss von mir ich bin jetzt so lange weg bis sie sich von der Mitte verpissen halte besitzen Unkampf und das ist mit Bogenbaldchen ich will ein 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 ja so jetzt will ich sie mir jetzt soll ich aber ich bin so und da das ist nicht so gut lustig eigentlich wenn ich die Rade ausgekönnen sie mich ja eigentlich nicht unterschießen normalerweise jetzt ich von der Zeit aber wird er das sagen wenn sie mich von der Seite weg er machen sie schon Kettel ist liegen gelte Prozent Lager das trifft niemanden als besitzt durch die Krieg überhaupt so dass seine getötet er ich habe ich war über kurz geplotten und publik mann ist es nicht wahr Städte drüben ist ein Abbot im Blau Prozent ich hab den getroffen so ich habe die Städte getroffen ich hab den drei mal getroffen wie viel hätten der Haus das ist es für Geräusche Prozent ich habe es in die Kiste geklickt ich habe uns ich habe es in Notfällen ich habe noch und und kauft abkauft ja Sparmideln über von Teuren er ist ein Schwertbruch man diese Piste das ist das macht auch kein Spaß wenn er die ganze Zeit wenn er die ganze Zeit also mich würde das schon langsam ab die ganze in der Mitte stehe er lasst den Rest immer rüberkommt dass er den roten schwächen kann sie haben zweimal getroffenen von blau von blau Kuschel der von blau der viel schwerer zu treffen ist treffig andauern der von Tim Roth ist dann endlich ich und ich schaue das ja wohl die Stürf nein oder in einer neuen Welt Prozent Mantua keine Schlampe zu oft zu schießen es ist nicht zu sein ja Prozent 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 das habe ich die Heilungsputz jetzt können sie ich mache es nicht noch mehr steht nein ihrem falschen Block beziehen ich habe keine Spitzacke so jetzt können sie uns gar nein doch können sie spame ich die so krass weg jawohl du Opfer ich lasse dich nicht weg nächster Treffer da hoch schade das heißt es reicht nicht immer hast du das Gericht der Weg gibt der Superherzimmer ein entgegen mit dem blauer währenddessen kann sich die Mode ausrüsten ich habe uns eigentlich schon ein selben Weg gebaut du der vorne darfst heute noch kein Block dazu kommen weil dann können wir wieder runterfliegen mann ich hätte mit drei Komoren gedrückt ich sehe ich nicht der Portillo Alter 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 kann ich schon mal vergessen in der Ehe der Ehe doch ich ich schiebte wir machen schön und nicht der Mensch gell es ist eine Piste nach es ist wichtig schießt in der drüben oder zu können sich in der Mitte so war er nicht von jeder jeder Person in diesem Team ein Bogen und wie kann ich der Treffen du hast ihn schon wieder getötet du hast ihn schon wieder getötet ich will jetzt endlich mal in dem Bett zerstören das kann es nicht sein was geweckt ich bin genau in seiner Schussbahn er wolle erster Treffer das dominiert rot wieder aber die haben glaube ich kein Bogen doch die haben einen Bogen doch die haben einen Bogen doch die explodiert was da explodiert er mega Alter da geht er mega die Party ab man wird diese Tumor Bomber nicht ich habe zurück vielleicht können wir schon besseren Bogen kaufen ich würde zurückgelegt Kipri Gold ich war mir einfach mal auf dem besseren Bogen auf dem stärksten 13 kostet ganz gut er der Spahn und drauf man es gibt diese Prokette mit die alten mega viel aus mehr die schlucken was das Zeug hält mich verwundert dass sich gelb da nicht wirklich einbischt geben die müssten aber nicht viel haben er ist sie durch die Schwestern ist auch Gold den in der Bayes so ist wie ich jetzt gleich sagen dass die wenig kommen die im Stand weg die Tür jetzt das macht der Blau eigentlich da oben mal hätte ich ob die Fälle ist viel besser ich bin zu mir und ich mir die Gegner anschauen die Hässlichke 2 Treffer 3 Treffer und er hat schon ein paar Schläge gefunden ich bin wieder in der Base ich bin dabei ich wollte schauen ich finde die Map nicht cool weil das Bond nämlich Eisen ein Gold auch schittert von wo ich jetzt wieder ich habe den jetzt zum fünften Mal getroffen man geht der endlich down mal er verkämmt sich nämlich hinter hinter dem sechs mal sieben mal die bauen sich schon zu stirbst doch endlich weil ich brauch den besseren Bogen haben wie schaut's aus mit unserem Gold zumal nach wenn wir den besseren Bogen haben mein Bogen ist nämlich erstens bald kaputt ab 10 Gold haben gepasst noch drei Gold der Blau hat ein bisschen was schlucken ist nicht die 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 roten die schlucken so krass viel schau dir den an wie es sich der eine kleine Festung baut nein das ist ein Tod da steht schon so eine kleine dieser Ruhe diese Ruhe so Mann diese kleine Bastard so jetzt habe ich dich dreimal getroffen wann gehst du bitte mal down das kann es nicht ich bin ich trefft ihn zu oft aber der will einfach nicht sterben zweit gescheit ich habe ein halbes Herz ein Teil wird zu so ich hab's der Heilungsträckchen getrunken ich hab's der Heilungsträckchen getrunken super aber jetzt schwammelge auf dem Buch der Schwester das ist das das können ihn nicht angehen mein Bogen ist nämlich auch fast kaputt die singt k 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 man die immer so umsacke jetzt nerven sie schon richtig ne ich hätte nicht gedacht dass wir so weit kommen deswegen habe ich keine spielzeichen mitgenommen gewissler einmal alle töten in den kinder überhofft und teams allemal töten und dann haben Menschen dann haben wir schon er kennt dann haben wir zwar noch nicht so ganz aber dann sind wir schon mal gut dran werden können nämlich wie die mitte bewachen das ist nicht gleich so einfach in die mitte zu kommen wenn andere teams dort sind sie man ja eh besuchen spitzer kannst du noch ein bogen ja oder rafael so noch ein bogen gut 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 so ich mitkommen ja hast du noch ein hilbert ja da ich geh jetzt zu team blau am bereich ich komm mit ich komm mit ich bewache die mitte schaffst du das alleine ich komm mit dass wir es ganz sicher schaffen da kannst du jetzt eh nicht runter fliegen ich nicht lass mich vor doch 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 der ham irgendwer schießt mit dem bogen Nein, die haben untermunds im Boden abgebaut. Hilfe. Ich bin tot. Die haben untermunds im Boden abgebaut. Nein, dieser Bastard. Ich zieh dir grad so jetzt. Man, was wolltest du hier? Ich zieh keine Chance. Ich komm gleich. Jetzt. Jawohl, Alter. Down. Ich bin am Weg. Hattest du noch kurz durch? Oh, Mann, Alter. Ich zittere hart. Ich zittere. Keine Ahnung. Wie viele Herzen hast du? Ein Herz. Ah, ich hab eh noch eine Heelpot. Jawohl, es ist gerade keiner in der Mitte. Ich komme. Jetzt hab ich mich eh halb gefangen. Alter. Wie ist du denn? Ganz deppert. Ich hab mega viel Gold. Nur der liegende Porzellanstern. Oh, du von Team Gelb wirst mich jetzt nicht töten. Sag dich ja. Alter. Huuu. Hä? Survival Games. Lol. So, das war's. Da bin ich gestorben. Ich hab's. Oh. Ja, einer lebt doch. Ähm, wie wär's, wenn wir zu unserer Base gehen und mal da schauen, ob da ein... Oh. Hol dir da das Gold ab. What? Was ist das? Da, einen stärksten Bogen für dich. Oder willst du ein Eisenschwert? Nein, ein stärksten Bogen. Eisenschwert habe ich hier. Oh, wo ist der? Ich lege ihn da an deine Kiste. Ich hab jetzt auch einen. Okay, danke. Ich hab zwar noch kein Eisenschwert, aber wurscht. Nein, Alter. Ich brauch noch Hitpots. Hast du noch Eisen? Ich schau. Ich warte noch ein bisschen. Der kann nicht verfehlen. Da kommt einer. Warte. Den hole ich mir. Der krieg keine Chance. Lol. Das Ding genutzt. Da hast du allerdings recht. Oh, da ich glaub, ich hab mein Pfeil getroppt und der ist nicht mehr zurückgekommen. Ich hab' die ganze Zeit. Sieh' keiner bei uns? Ich glaub, bei uns liegt... Jetzt hab ich 12 Gold. Yes halt. Lol. Wordest du dich auch gerade? Ja. Der ich seh. Der wird lustig... ich trinke sie zu können so wir wissen schon ein mehr gutes Team muss man lassen schaffen sogar in den schwersten Situationen welches Team kümmern wir uns das Nächstes Roderich am Schluss machen Alter mein Team Hartz ein Hausshof die Erlehrer ist gebraucht er hat da ein da ist da ist liebe leute ich hoffe ihr habt es auch nicht ausgeschalten also wegschalten so spannend fand ich bei blau das bett ab und hat zu gezittert zumindest immer eine sorge weniger es ist auch immer ob das so dass man wieder mal zurück gelaufen können dort hat man zu den Zug mehr ich mir gedacht schützt jetzt wird Geld bleiben als er machte so eine ganze Versammlung Prozent mit Volksversammlung Annex 3 die Zahler Eius ist mit der wo wo steht der Kurs die denn nicht ist ich mache das schon kümmerlich und die Gelben Jawohl Ehe er Schieter der hat er mit aber nicht sind so ich brauche zu Eisen Eisen schwer ich merke sich nämlich richtig Schwachwürde die Warte ich schreibe auf einen Ort ein Weg über Bord freut euch auf ich bin so dumm er hat Röger achten da kommt er hat er du willst wissen Spacko wirklich so eine kassieren er ließte denken war übrigens worden hinten so jetzt sollte von denen eh keiner mehr im bogen haben der lauft zu uns der lauft zu uns das wurscht wurscht das ist das schafft er nicht so schnell ich bin ich bin genau hinten das bett ist so gut provisorisch eingebautes schafften sie nicht ja erst mal ich renne hinter mir das schafft es oder so nicht meist war nein dieser Mata Drucker schießt er sagt doch wenn ein Bogen macht das was wenn ich mir die stärksten Bogen holen nein ich bin ich stärker gekübt kann ich gar nicht mehr sein oh baby du bist so ein Nab wo hat er dich getötet in der roten Base wie will er mich jetzt töten oder was hast du den Schuss gesehen nein ich bin noch in meiner Base mir gefällt es noch in meiner Base nein nein man nämlich runter geht ich habe einen so gut runter geht es sind durch tun schütte kommen die kommen die kommen die kommen die kommen die kommen die kommen hast du schnell kommen nicht der das ist der Weg direkt ich muss schon direkt dieser Motherfucker der 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 die 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 aus dem Weg du bestätigt du bist du bist du bist die 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 Ja, ich respawn irgendwie so komisch langsam. Nein, jetzt kommen die ganzen auch andere Mal. Ja, ich kann gar nicht respawnen. Ja, ich kann nicht respawnen, weil ich so langsam respawn. Ah, diese kleinen Huren sind... Ich kann nicht immer lieben. Alter, das musst du ja schon... Ja, ihr kleine... Trotzdem GG. Nimm mal die Ruhe trotzdem. Fairplay. Das ist doch kein... Wir haben uns auf euch gefreut. Naja, der hackt ja. Ja, das hat man richtig gesehen, also kein Pfeil ist daneben gegangen. Jeder Pfeil hat ihn getroffen. Ja, Leute, wenn euch diese Runde gefallen hat, dann sehen wir uns bei der nächsten Folge. Ciao. Ciao. Ja.